Hallo Leute, mein Name ist OZIAL INZLOCK und damit herzlich willkommen zurück zu Shantae 4. Ich habe schon in letzter Zeit eine Menge erzielt. Das Ziel ist jetzt auf den Regeln, die Highlighter brauchen, die wir jetzt auch brauchen tun. Guck mal, meine Reichen. Dank Warpdance muss ich nicht noch mal die ganze Show nochmal machen. Warpdance ist so legendär. Und jetzt müssen wir in das Meerungsraum verbrechen, in den Meerungsfeld. Hier versteckt sich die Fledermaus. Und da ist irgendeine Mütze. Ohne die Fledermaus kommen wir nicht weiter. Sobald wir wir haben, können wir zurückkehren. Die Fledermaus? Oh ja. Okay. 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 Transform! Okay. Okay. I'm the touch. I'm done. Transform! Okay. 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 Ihr könnt das immer stoppen. Guck! Ich habe es nicht so gut. Transform! Do you want to point out? Get out! Team yours Das ist der letzte Tanz, den man benötigt. Transform! Transform! Nein, ich wünsche mir das nicht oben runter. Das heißt, wir wünschen ihr Versuch. Das ist der letzte Tanz. Wir sind zur Welt. Zurückkehren. Dann könnten wir vielleicht noch mit dem Poster was machen. Für einen Team, wir darf ein weiteres Herz halten. Denn dort in der Gruselburg warten wir noch einige Gäste auf uns. Und der gibt uns vermutlich ein Herzteil weiteres, wenn wir das Poster abgeben. Irgendwas anderes Praktisches. Das ist der letzte Tanz. Das ist der letzte Tanz. Das ist der letzte Tanz. Der letzte Tanz. Der letzte Tanz. Der letzte Tanz. Das war's für heute. 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 Ready? Oh, das war's für heute. Ready? Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Das war's für heute. Oh, 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 das war's für heute. T Uh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! I can't go! I can't go! Let's go! Let's go! Was? Die sind abgeglitzen! I'm ready! Step on! Dumme Einschieße. Aber wir haben überhaupt keine. Ich hab keine Eins und vier die Arschlacht. Die haben nur ganz warmes Höhen vom Platz. Da kommt die Kühl! War echt arm-schüsst? Das Game ist aber ausgelöst. Gibt's kein Heat Smoke? Ach halt, den spiele ich ja schon. Ich bin gut. Ich bin ja schon in 2-Mode. Komm doch. Kann ich doch nicht gerne so schön, weil ich den hat so. Kann ich doch nicht gerne. Ich bin ja schon mal. Das ist so möglich! Ich bin bereit! Wie soll das möglich sein? Wie? Ohne Flägermaßung ist das unmöglich? Ich bin klar. Was habt ihr gesagt? Wie ist das für alle? Wie ist das für alle? So wie ist das? Nee, nee. Das ist so. Das ist schon so. Das ist ja so. Wie ist das für alle? Die Einung. Ich werde jetzt hier den Part beenden, da wir den Part länger geschafft hat. Wenn ich nicht rausfinde, wie dieses Ding funktioniert, wird das der letzte Part von der Main-Story sein. Denn ich sehe nicht, einen immer wieder am selben Punkt zu sterben. Ansonsten, wenn ich rausfinde, wie es geht, kommt das weiter im nächsten Part. Und wenn nicht, dann wird ein neuer Modus im nächsten Part gestartet. Dann bedanke mich fürs Zusehen, bleib sozial, lass now da und bye.